so hallo michael kurzer der rucksackunternehmer zum dritten mal ich nehme das video das dritte mal auf und versuche es auf jeden fall also auf jeden fall der anfang so drei wege online geld zu verdienen sehr sehr cool also wir schauen uns mal an passiv geld auch noch also bin mal gespannt was haben wir da schön dass du bist aber auch im kanal michael kurzer und hey ich knack die 3000 abonnenten vielleicht diese woche noch und du bist dabei und bis vielleicht der 3000 abonnent deshalb vielen dank dafür und die glocke betätigen damit du dann auch nicht verpasst wenn ich live dienstags und samstags 19 uhr ich immer live und da schauen wir uns gemeinsam filme an ja und ich bin auch auf twitch live und auf youtube also gerne vorbeischauen und dann schauen wir uns jetzt einfach mal die drei wege so drei wege für passives einkommen in 2022 und herzlich willkommen auch hier wieder in einem brandneuen video auf dem sma tv kanal mein name ist max weiß und ich möchte dir heute mal drei ideen drei möglichkeiten mit an die hand geben wie du in 2022 passives einkommen generieren kannst grundsätzlich ist es natürlich so passives einkommen darfst du nicht verwechseln mit du liegst einfach auf der couch du tust gar nichts und irgendwie generierst du dann geld das funktioniert natürlich irgendwo nicht sonst hätte jeder viel geld und jeder wäre reich und jeder würde lambo fahren aber du kannst auf jeden fall wenn du akt naja es wäre auch nicht jeder reich mit also selbst wenn wir jeden menschen passiv 5000 euro im monat geben würde in deutschland zum beispiel jeder wird 5000 euro am ersten bekommen und das wären trotzdem dann am zweiten des monats irgendwelche leute pleite weil die halt alles ausgegeben haben weil die nicht viel geld umgehen können also das solltest du dir immer überlegen wie viele kollegen kennst du die sofort nach mediamarkt fahren würden oder sonst was oder in der spielhalle oder sonst würden alles verspielen und alles ausgeben oder so oder eine party feiern oder so und dann haben die am zweiten oder dritten doch kein geld und wenn wir 10.000 euro verteilen würden an jeden deutschen oder so würden das garantiert auch eine million menschen schaffen am zweiten kein geld mehr zu haben es ist halt so deshalb tief arbeit in gewisse dinge reinsteckst natürlich mit der zeit passiv geld verdienen du kannst es relativ vergleich mit einem baum den du pflanzt beispielsweise du musst am anfang loch graben du musst dort den samen pflanzen du musst den baum gießen du musst dich darum kümmern und wenn der baum gewachsen ist dann kriegst du immer ohne was tun zu müssen die ganze zeit die früchte und genauso also stimmt ja so nicht mehr rein theoretisch also ja das beispiel ist hat dieser geldbaum im chinesischen und so und möchte also die eine oder andere kultur aber ich komme ja vom niederrhein eigentlich ursprünglich und da gibt es genug bäume und so und die leute sind teilweise zu faul die früchte zu pflücken also auch so ein baum musst du ja pflegen also käfer befall oder sonstige sachen eine webseite virus befall und auch diese äpfel die sind zwar dann dort im herbst oder im spät winter sommer oder so spätsommer und herbst sind die äpfel da aber du musst ja trotzdem pflücken und viele leute sind zu faul die leiter zu nehmen hochzuklettern und die äpfel zu pflücken und die liegen dann verfault am boden und so sind online geld verdient auch viele leute sind einfach zu faul geld zu verdienen ist so und wir hatten der baum der der hat die früchte aber du musst sie ja pflücken und du kannst sie ja dann halt verkaufen selber essen einmachen oder dann halt zur saftpresse bekommen dann kriegst du noch apfelsaft oder so so ist es eben auch im business deswegen würde ich sagen kommen wir jetzt auch direkt gleich mal zu den allerersten wegen die ich dir einmal vorstellen will kurz bevor wir zum ersten punkt kommen gibt es natürlich auch wieder wie immer hier in diesem video eine blue light brille zu gewinnen alles was du dafür tun musst ist noch einmal hier das video liken video kommentieren einmal den kanal da kommt das liken das können wir auf jeden fall so schon mal machen ohne gewinnspiel abonnieren so dass doch wirklich kein video mehr verpasst und am besten dazu noch die glocke aktivieren und wir werden direkt wieder im nächsten video auslösen wer die brille gewonnen hat ansonsten starten wir direkt rein und der allererste weg um passiv geld zu verdienen ist affiliate marketing allerdings gibt es hier eine voraussetzung und zwar reichweite ich würde dir nur empfehlen affiliate marketing zu machen wenn du wirklich reichweite und das stimmt gar nicht dann muss ich jetzt leider widersprechen also nein affiliate marketing kannst du sehr gut ohne reichweite machen natürlich eine reichweite ist mega genial und dann wird es auch sehr sehr spaßig aber ja und du kannst ja auch selbst ein blog aufbauen und Pinterest marketing machen facebook und so weiter ich habe ja auch ohne reichweite angefangen und dann hier wie viel sind das 20 kilometer weiter oder so kann ein bisschen mehr als 20 dann 2016 habe ich ja dann hier gewohnt und habe ein geld vom strand aus verdient ohne reichweite ohne alles und dann auch teilweise 2000 euro im monat 2016 schon vor allem eine community hat bedeutet wenn du beispielsweise eine personal brand hast also personen eine personenmarke hast viele follower hast auf tik tok oder instagram oder whatever oder beispielsweise zum beispiel dann würde ich fast kaum affiliate marketing machen warum oft ist dann halt sponsoring viel besser also wenn du wirklich viele follower hast kannst du dich lieber dann halt pro views bezahlen lassen oft vielleicht hast du noch einen gutscheincode der gebündelt ist und bekommst auch noch mal ein paar prozent aber eigentlich umso mehr reichweite du hast umso mehr sagst du also wenn ich jetzt einen youtube kanal hätte mit 400.000 abonnenten ja dann sind das ja vielleicht je nachdem wie viele aufrufe die letzten videos hatten oder so vielleicht 10.000 euro 20.000 euro die ich dafür bekommen für ein werbeblock das ist ja dann teilweise viel interessanter die auf jeden fall garantiert zu bekommen wie dann halt affiliate marketing zu machen also gerade dann würde ich eher zwitschen umso größer die reichweite ist und dann würde ich mich oder halt so ein hybrid modell sagen hier ich habe noch einen gutscheincode ja okay dann bekomme ich noch fünf prozent vom umsatz oder so auch noch ab themen seite hast das heißt einen instagram account zu einem spezifischen thema dann kannst du durch affiliate marketing auf jeden fall geld verdienen bedeutet du bewirbst einfach produkte die du selber nicht erstellt hast und kannst somit für den verkauf dieses produktes eine provision bekommen bedeutet du kannst zum beispiel selbst auf dem account irgendwelche zahnbürsten auf amazon promoten und durch das amazon partner programm kann dann dementsprechend provisionen bekommen oder du kannst kurse promoten und dafür provisionen bekommen zum beispiel über die plattform in copecard oder digistore kannst du dich eben als affiliate dort einschreiben und dementsprechend kurse promoten ja auf jeden fall wobei wenn du eine große reichweite hast hast du eher auch dein eigenes produkt oder so also ich würde euch affiliate marketing wirklich wie gesagt nur empfehlen wenn ihr eben schon reichweite habt ich würde euch jetzt nicht empfehlen irgendwie dort werbeanzeigen darauf zu schalten oder sonst etwas weil es einfach unglaublich ja wenig geld einbringt für die arbeit die man tun muss da gibt es definitiv bessere wege so punkt nummer zwei wie man passiv geld also das kommt ja immer darauf an ne weil ja passiv auch offen was mit investition zu tun hat oder so wie viel startkapital hast du also jetzt mal ganz ehrlich ich hatte kein startkapital als flaschensammler es kommt ja darauf an wie viel startkapital du hast und dann sind so ein paar wege auch schon mal ausgeschlossen einen eigenen online shop mit ware kannst du ohne startkapital nicht starten fba kannst du auch ohne startkapital nicht starten und so weiter ja dropshipping geht noch unter so aber selbst da brauchst du halt schon einen shop und je nachdem was du mit den dropshipping machst gratis traffic oder facebook ads oder oder jetzt generell also werbeanzeigen oder so werbeetat brauchst du auch wieder geld und bei affiliate marketing kannst du halt starten ohne startkapital ohne geld du meldest dich an und promotest die links erstellt vielleicht content gratis verdienen kann ist unter anderem investieren du kannst durch gewisse crypto investments und eben auch durch aktieninvestments und immobilieninvestments naja das sind ja eine spekulation also gerade coins und so das sind spekulationen ihr müsst immer gucken dass er auch totalverlust haben und ja ihr könnt bei 60.000 euro einsteigen bitcoin und der geht dann runter auf 32 wieder und so und habt die hälfte eures kapitals verloren oder so das ist nicht passiv geld verdienen für mich oder du guckst auf jahrzehnte gerade bei aktien hat sich das bewiesen wenn man im jahrzehnte denkt bei aktien kann das ganz gut möglich sein und breit streut sehr sehr gut passiv geld verdienen du kannst zum beispiel bei krypto über das gewisse staking geld verdienen dazu habe ich mal auf meinem hauptkanal max weiß ein video gemacht wie du wirklich beispielsweise mit staking jeden monat geld verdienen kannst das heißt du kaufst gewisse kryptowährungen und dadurch dass sie gesteckt werden bekommst du automatisiert alle 12 24 stunden weitere kryptowährungen ausbezahlt das video könnt ihr gerne mal wie gesagt auf meinem hauptkanal max weiß abchecken so die andere möglichkeit ist zum beispiel du investierst in aktien gerade deutsche aktien haben oftmals eben gewisse dividenden das heißt du kriegst vierteljährlich oder halbjährlich oder jährlich dementsprechend gewinne ausgeschüttet pro aktie die du gekauft hast auch das ist vielleicht nicht besonders viel aber du kannst damit natürlich vielleicht ein paar handy rechnungen bezahlen oder das geld dann wieder reinvestieren um somit wieder mehr dividende zu bekommen und was auch eine gute möglichkeit ist um passiv geld zu verdienen ist zum beispiel auch das thema immobilien du kannst immobilien kaufen diese immobilien dementsprechend vermieten und durch die mieteinnahmen hast du natürlich auch hier irgendwo ja das ist ja auch eher das ist ja ein richtiges business also mieteinnahmen also die meisten leute die ich kenne machen das auch nicht passiv ich kenne ein paar leute aus der vergangenheit die auch wohnungen hatten und so und weder hatten die so viel geld dass die ein hausverwalter hatten oder so der sich um alles gekümmert hat handwerker und so weiter oder die haben sich selbst noch darum gekümmert um neue mieter immer gerade wenn du mehrere dinge hast und so wechseln vielleicht mieter öfters je nachdem man kann auch glück haben dass mieter 30 jahre drin bleiben in so eine wohnung aber irgendwas ist immer und selbst da muss man dann auch vielleicht noch mal die ganzen rechnungen bezahlen für müllabfuhr dings 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 und muss eine jahres abrechnung machen oder das auch wieder auslagern also nicht so richtig passiv und gerade auch zum immobilien je nachdem wie alt die ist vielleicht weiterentwickeln oder so und neue immobilien kaufen das ist cooles business modell immobilien gerade wenn du das vor 15 jahren gemacht hast oder so dann bist du heute x facher millionär aber es ist auch nicht sie es ist cool ja aber passives einkommen eine sache dafür ist natürlich super wichtig um diese dinge machen zu können und zwar du brauchst geld ohne geld kannst du nicht investieren und ich würde dir auch nicht empfehlen irgendwie geld zu investieren welches du nicht hast das heißt du solltest nicht irgendwie deine letzten cent stücke irgendwie investieren sondern du solltest immer aus deinem cashflow raus investieren und um den cashflow aufzubauen kommen wir direkt zur passiven einkommensquelle nummer drei und also ich habe alles aufgebaut mit affiliate marketing alles war bau dir ein dienstleistungs business auf bedeutet du steckst zeit rein um eben ein unternehmen aufzubauen welches auch ohne dich funktioniert das heißt du baust ein unternehmen auf mit mitarbeitern und strukturen die auch ohne dich funktionieren und wenn du das geschafft hast hast du ein unternehmen was ständig für dich neue einkommensströme oder ständig für dich eben cashflow generiert das ist auch der ja das ist cool wenn du das hinbekommst wenn du unternehmer bist wenn du ein macher bist ja dann kannst du so etwas machen dann brauchst du aber echt mehrere management ebenen geschäftsführer vielleicht sogar noch der werde ich die geschäfte übernimmt und du bist dann nur anteilseigner der gmbh oder so aber ich habe ein tolles hörbuch aus amerika dass irgendwie 93 prozent der firmen pleite gehen auf auf so und so viel jahres sicht und nur drei prozent ist wirklich schaffen überlegt ihr das einfach mal weil ich ja habe also vielleicht bei dem ort oder so die letzten 20 jahre wie viele geschäfte haben dort aufgemacht und wieder zugemacht handwerksbetriebe vielleicht auch größere fabriken oder so die auch zugemacht haben die in den 60er jahre aufgebaut wurden und wurden zugemacht und so das ist so ein traum was auch funktionieren kann sehr sehr gut aber du musst echt fähigkeiten haben so eine firma aufzubauen und auch das gespür oder so definitiv der grund warum ich immer wieder mit meinem geld dienstleistungsunternehmen aufgebaut habe ich habe 2018 meine erste social media agentur aufgebaut dort viel arbeit rein gesteckt viel fokus rein gesteckt und mit diesem cashflow andere dienstleistungsunternehmen wie zum beispiel die reinigungsfirma aufgebaut auch die reinigungsfirma ist jetzt natürlich ein unternehmen wo man viel geld und zeit reinstecken muss dafür habe ich ja meine freundin als geschäftsführerin mittlerweile drinnen und aber auch so ein dienstleistungsunternehmen wird irgendwann ohne uns funktionieren und dementsprechend passiven cashflow einbringen welchen man dann eben wieder investieren kann in kryptos aktien und immobilien welches wieder einen weiteren passiven einkommensstrom erwirtschaftet deshalb wie du siehst du wirst nicht einfach passiv geld verdienen indem du jetzt auf der couch liegst oder sonst etwas sondern du musst aktiv natürlich arbeit reinstecken dann kannst du aber auch die früchte ernten und immer und immer mehr geld verdienen das auch der grund warum reiche leute immer reicher werden und teilweise arme leute immer ärmer werden weil du natürlich mit geld viel leichter noch viel mehr geld verdienen kannst deswegen schreibt mir gerne mal unten in die kommentare deine meinung zu diesen drei punkten wir gucken uns einfach mal die kommentare an aber auch schon länger nicht mehr gemacht was haben wir denn da sehr starkes video blablabla mentoringmodul youtube wir haben mal videos blablabla sehr starkes video warum schreiben alle so gleiche sätze starkes video sind die gleichen leute das super danke content mega gutes video das machen die wegen der gewinnen gewinnspiel deshalb schreiben die alles da rein ok ok einmal rein und schreibt auch gerne mal rein ob du grundsätzlich in einer dieser punkte schon vertreten bist ob du mit einer dieser punkte bereits schon passiv geld verdienen ja ich auf jeden fall mit streamen halber sogar sogar der youtube kanal bringt mir ein bisschen geld also selbst das geht ja und so halb gerne dann hat dienstags und samstags vorbeischauen und werde ich mag affiliate marketing und ja affiliate marketing ist alles bis also wenn du eine firma aufbauen kannst das ist auch cool wenn du die fähigkeiten hast und willst also nimmt dann ist ja so voraus dazu eigentlich schon gmbh und nicht in einzelunternehmen und geschäftsführer und wenn du das aufbauen kannst du hast diese fähigkeit auch perfekt definitiv brauchen wir nicht darüber reden mein name ist michael kotzer ich bin der rucksackunternehmer ich habe hier noch ein weiteres video check das ab und ich bin raus ciao